Oh, wir sind wieder da und er ist gejumpt. Oh, wir sind wieder da und er ist gejumpt. Danke! Warum springst du einfach drüber? Ich hätte das so gut verbinden können! Das hätte auf jeden Fall so funktionieren! Halt einfach her jetzt! Ja, halt das mal! Ich steh schon drauf! Don't worry! Don't worry! Be happy! Ah, Mist! Ich werd ja mit runtergeschleudert, ey! Warum kommen da Leichen runter? Warum biege ich nicht genug? Egal! Zu viel Cola Light! Hä? 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 Guck mal! Da werden Monster gespawnt! Gut zu wissen! Ja genau! Ich spawn wieder hier drüben! Der Hebel ist so langsam! Ich greife mich immer an bevor ich's schaffe! Okay, ich hab's aber geschafft! Die Tür ist offen! So, ich bin mal eben über die kaputt gehende Brücke gerannt! Sehr gut! Hast du die Gegner aufgehalten? Besuch mich dann! Besuch mich, wenn du Zeit hast! Ich genieße die Brücke! Oh, jetzt bohne ich ja immer noch ein Gegner! Da ist bestimmt auch noch irgendein Secret ganz oben! Ich hab... also da hinten kommt nur noch der Ausgang! Da sind wir dann fertig im Level! Diehst du noch irgendwas tolles bei dir? Ich hab keine Ahnung was du gemacht hast, dass da das Feuer aus ist! Aber gut! Ich hab keine Ahnung jetzt dieser Feuerkasten... Ey! Kann mich nicht bewegen! Warum renntst du immer so weit? Also jetzt weiter! Weiter! Ich bin Rosabelle! Einst war ich Königin dieses Landes! Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen! Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte! Frau Königin! Wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen! Draußen am See ist ein Schloss! Das Haus meines Vaters! Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen! Er schlagt ihn und ich sage euch alles! Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten! Pontius nahm Rosabells Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät, aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Es ist besser mit vollem Magen zu reisen. Diese Rosabelle ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du hochheben. Wenn wir nicht draufgehen. Geht. Ja, und damit leiten wir jetzt das Wasser noch hin. Sehr gut. Sehr interessant. Ah. Ich bin schon doof, wenn ich die Pflanze nicht sehe, wo es hin muss. Ja, wo es hin muss. Ja, wo es hin muss. Ja, wo es hin muss. Happy Baum. Happy Baum. Kannst du mir mal helfen? Nein, den hinter mir. Danke. Hast du dieses Kill, dass du den Käfig einstellen kannst? Nein, den habe ich noch nicht. Nein, den habe ich noch nicht. Jetzt. Jetzt. Was ist das für eine Blume? Oh, ne. Nein, Gänse. Klingenfalle. Mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Ich bin gegessen worden. Und das ist im Zentrum. Guten Appetit, würde ich mal sagen. Nein. Es passiert schon wieder. Nein. Oh Mann. Wie ist das denn? Okay. Okay, nochmal. Okay, nochmal. So. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Was passiert, wenn ich das hier mache? Ich töte mich nur fast selbst, auch geil. Was passiert, wenn ich die Flume damit treffe? Fels, roten, Fels, roten. Okay, das ist mein Stroke, super. Eine Pflanzenschmaus. Ich glaube, du bist ein bisschen soft gestorben daran. Hast du sicher viel, was? Nein, hab ich nicht. Oder, okay, gut, vielleicht habe ich sie mit Feuer getroffen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Na ja, auf jeden Fall hat sie ja gegessen. Oder ist es Fels, wenn wir dreimal sterben? Und zweimal hat sie ja verstanden. Ich bin aber nicht gestorben. Ja, du bist an irgendeinem Opfer, also zwei Tote von mir und irgendein Korbort oder so. Ja, klar. Ach, hier ist auch noch so eine Pflanze. Ja, das ist jetzt auch nicht die Einzige. Also, was du tust. Da ist Zeug. Ja, und wenn du jetzt hier fern, sind wir gern auch noch. Ja. 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 Darf ich auch hoch? Ja. Ja, bitte auch True. Darf ich auch hoch? Ja. Darf ich auch hoch. Ja Natürlich. Oh, darf ich auch gehen? Dafür finden wir kein Leben. also hier ist alles was eingesammelt nur hier unten dann nicht, oder? warum rennst du da einfach rein? ja ich wollte doch das Ding holen ja ich will dir einen Schutz bauen und du rennst doch voll aus der Reihe, wenn sie funktioniert ja, du kannst und ich lebe noch ich hab's, ich hab's und ich lebe noch oh fuck schön dass du da lebst, da wird das ein äh, unten ist nichts mehr? nein das ging jetzt nicht sehr überzeugend ich hab glaube ich echt alles, ich hab da unten so ein mega Ding geholt komm, ich muss nach links da ist bestimmt noch irgendwas naja, ich seh nichts mehr hat super Spaß oh mein Gott, hier ist das super secret hier ist Wasser weiter hä, warum steh ich hier? das ist super super mächtig super super mächtig Alter! Oh, seht euch diese kleinen Lichter an! Hast du noch nie Glühwürmchen gesehen? Die werden vom Licht angezogen. Glaubst du, es bringt was, wenn wir die Pflanze gießen? Ob das heilige Wasser sie zerstört? Ich glaub schon, ja. Mach mal. Äh, das wird aber wahrscheinlich sehr schwer. Du musst es nur waagerecht halten, sobald Wasser drin ist. Los! Ah! Na gut, ich warte jetzt nicht. Irgendwissin flach, leichte Weg. Äh, da war keins mehr drin. Oh. Vorsicht! Wieso bleibt sie dich nicht an? Oh Mann! Oh Mann! Der Vieh schafft noch gar nichts. Oh Mann! Was machst du denn auch immer? Was machst du denn auch immer? Was machst du denn auch immer? Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, oder wie? Äh, wo waren das letzte Dinge? Ich will das alles zurückholen. Ich möchte leben. Ja, wo war das? Gleich dir auf der Pflanze zu der du jetzt ohne Kasten kommst. Danke. schneller als du cheater sie sieht mich nicht, bin ja nicht unsichtbar cheater ah nein hat sie dich doch gesehen vorsicht lachen an der decke du hättest mehr zu abend essen sollen als nur einen apfel nein es ist der wald ist irgendwie dunkel das liegt daran dass es weit nach bitternacht ist oh man dieses abglück so meinte er das glaube ich nicht ja eben ich freue mich also wie mache ich denn das? ja einfach aufzieht drauf genau au au was ist da oben? ehrlich gesagt die kamera will nicht höher da würde ich mal was sagen da würde ich mal was sagen gar nicht ach ohne dämme man wuuhu i wuuhu uuuhu wuuhu Ja, warte! Mann, war falscher Pfeil. Das ist nicht der offizielle Weg, oder? Nein, das ist ne Kiste. Okay. Oh! Naja. Du musst das alleine schaffen. Du kannst dich ja bewegen! Oh, Mann! Ich brauch mehr Schokolade, aber heute ist Sonntag. Mann, ist das ein Kack. Schokoladesüchtig? Au! Ich glaub, du bist tot. Kann sein! Kann sein! Ich mach das jetzt mit Pontius Pilatus. Pilatus? Schau mal, wie schnell der rennt. Der kommt da locker so ohne sich treffen zu lassen. Du meinst, es war dein Lichtgeschwindigkeit rennt. Was fehlt noch das? Ja, mach kaputt. So. Äh. Ist da oben, schaffen wir nur mit das drauf. Äh, nein. Du hast dein Schild legt das... Du bist der Hammer. So, jetzt haben wir alles. Und deswegen rennt der Feld. What the... Aber so schnell bin ich glaub ich auch wieder nicht, dass ich jetzt irgendwie da hochkomme. Oh, Mann. Ich hol dich, Gericht. Ja, 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 ja. Geht mit dem. Von, du ist allein. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Sehr gut. Danke. Der Nächste, bitte. Diese Grube ist voll von diesen Monsterpflanzen. Mach dir auf den Zug und stell dir vor, es werden Jahrzehnten. Kommst du irgendwie her? Ach so, ich kann nur drei Objekte machen, scheiß egal was für Objekte. Lol. Oh, scheiße. Oh, ah. Ich bin hier mitten bei den Killerpflanzen. Ich mach jetzt grad Stop Steps. Weil er etwas andere hat, das weiß. Nein! Entschuldigung, jetzt verarschen. Hä, dann check ich jetzt aber nicht, wo das Problem lag. Oh, Alter. Der ganzen Blöcke. Hä? Hä, was machst du denn? Hey, du hast da Sachen drüber sehen. Das hab ich im Scrooble-Scrollen gesehen. Ja. Da war ja auch eins, da soll ich aber nicht spielen. Oh. Lecker, Omnom. Ich bleib' hier mal stehen, bis ich die Stirbpflanze. Oh, scheiße. Eh, 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 eh. Oh, das geht bis euch her. Kommt hier einfach ein bisschen weiter Ja, da ist es schon Da oben Ich hole alles, was da hinten ist Die sehen mich nicht Weißt du was? Für Teuerungszeit Oh, der hat jetzt glaube ich den Falschen gegessen Kommt da nirgendwo mehr hin Wir müssen das Level leider neu starten Wieso das denn? Weil die eine Blume zu der kommt man nicht Die eine Das was da noch ist, das ich einsammeln möchte Auch so, man hat einen Nagel Ja, der kommt da vielleicht hin Kannst du mich wiederholen? Kannst du mich wiederholen? Da bist du Ich habe jetzt gelacht, den Pflanz sich jetzt angeguckt hätte Oh, der ist ja um Oh, der ist ja um Ah, leckerlich, als ob mir das passiert Klingeling Das geht klingeling Also, hat Ende und so Klingeling Wolfsbog Du bist du Wolfsbog Du bist du